Als richtig guter Lehrer braucht man... Einfehlungsvermögen. Ja, 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 komm, komm, lass den Scheiß. Sind die Lehrer? Ja, wieso? Fick ab, fick ab! Ist aber noch ein Nebenjob. Fuck you, Gürtel von den Machern von Türkisch für Anfänger. Okay, ich geh jetzt eine rauchen, bevor ich einen von euch auf die Fresse haue. Ab 7.11. im Kino.